Ich bin Neck oder was weiß ich, ich bin Neck ist schon Neck. Also ganz ehrlich, ich bin Neck hingegen jetzt richtig vorsichtig. Das ist ne Erholung im Gegensatz für den Schuss, sag dir. Guck mal, wie wenig Lego hier eigentlich drin ist. Das meiste sind irgendwelche Bäume und so. Zwei Geschwister, dass ich jetzt noch nicht halbieren kann. Das war für du da. Dann musst du jetzt rausholen. Ich hab grad noch die hunderttausend Wunschkappen zu meiner Welt. Wenn mir die historische Wunschkappen schon gut ist. Nach dem Shit Shop. Was müssen wir jetzt hier machen? Musst du bloß da durchstellen oder so. Ich? Das kann nicht gut. Ja, kick mir halt in die Flosse rein. Ich versuch ja was zu machen, das geht aber nicht. Guck mal, dann machen. Sind wir zu blöd gewesen, sind wir falsch gehandelt oder was? Halt die Fresse jetzt. Sowas geht nicht. Dass wir einen bestimmten Schlüssel finden. Ich schwör dir, wir müssen die Blumen kaputt machen und finden einen Schlüssel. Ach nee, ist das Quatsch. Freundin, der hat hier nicht mal festgelegen. Ich will nichts mit dem Iron Man Konzerazeten verballern. Und so ist es für mich gar nichts zu machen. Ich schwör dir, wenn wir jetzt die anderen Blumen kaputt machen, müssen wir dann mal den Schlüssel. Dann sind die Schlüssel aber auch nicht. Der Schlüssel wird immer besser. Von hinten. Na hier, guck! Ich hau schon so fest! Bäm, 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 sterbt halt immer hier Humus! Mach mal hier die Tür auf, man! Gibt's doch alles gar nicht! Weil mich nirgst das Tier, dass das so getrennt ist. Das ist so scheiße! Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel noch schlechter werden kann, ab dem Anfang. Ich hole den Scheiß! Vielleicht müssen wir was bauen oder Scheiß? Leck mich doch an einer! Was bauen wir da für Scheiß? Ein Scheißding! Oh ja, toll! Das macht doch alles gar keinen Sinn! Warum geht der nicht durch die Tür durch? Da sind auch Gitter! Das hätte nicht passiert! Das Sicherheitssystem muss versagt haben! Ach, wie schnell das denn, Alter! Wo hast du das gekauft? Warum? Weiß ich nicht! Das ist mit Kuba lieber, dass ich hier irgendwie auch rauskomme! Das ist mir egal, was ich jetzt meine ist! Ich wette mit dir, das ist getrennt, weil wir... Weil das gar nicht anders geht! Ja, weil du so einen Scheiß machen musst und sowas, damit du gar nicht anders funktionieren solltest! Das macht aber nicht besser! Das Spiel, irgendwie! Wie soll ich nicht rauskommen? Soll ich mich erstmal hier vielleicht rauslassen? Das kann ich nicht! Wie soll ich das machen? Soll ich dann doch zusammenbauen? In Kürze erfahren Sie weitere Einzelheiten! Toll, jetzt hab ich dir viel gebaut! Supergut! Ja! Mach irgendwas nützliches! Okay, lass mal gucken! Den etwas mit großen Beinen! Eine Zange! Oh! Geil, Mann! Wollte ich mich hier vereinbaren! Danke, dass du es rausgelassen hast! Das ist Kacke! Jetzt mal ganz im Ernst! Das ist bodenlose Kuntkacke! Ich wollte Frechleiter! Das klingt so nett! Hier muss ich was machen, Mann! Hier muss ich was machen, Mann! Hier, warte, warte! Stuck! Wie hast du das gemacht? Wie kannst du denn da Sachen werfen? Oh! Ich bin so froh! Wie hast du das gemacht? Mit vier Grünkteilen in der Misty! Haben wir etwas, was einen einpassen könnte! Wir haben dann losgelassen, oder? Ja! Sobald du was hast, wo du treffen musst, dann geht das! Sonst geht's nicht! Na, gleich noch mal rüber! Ich sag dazu überhaupt nichts, Mann! Das macht mich fettig, dieses Spiel! Guck mal, wenn mal blinkst, was ist, Brody! Oh ja, ist gut! Oh ja! Die Teufelsstrahlen sind aktiv geworden! Sehr gut! Die Teufelsstrahlen sind aktiv geworden! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Schild blick da oben! Wie ich angeleuchtet werde! Angestellte! Was sollen wir denn jetzt? Sie machen mit dem Schild, das ist gut! Hier muss ich was machen, Mann! Hier muss ich was machen, Mann! Hier muss dein Schild ablenken, wahrscheinlich! Hör mal, wie ich's drauf hab! Ich denke, hier, wenn ich's drauf hab! Ich glaube, das Blöde gibt's schon mal! Ich glaube, das scheint kein Blöde! Was ist denn das für Blöde denn hier? Das ist das für ein Spiel! Das ist das für ein Spiel! Das ist geil! Haha! Hahaha! Wenn wir das Leben jetzt abgeschlossen haben, fang ich schon zu weiten! Und wenn wir mit dem Spiel fertig sind, muss ich erstmal ein nicht-alkoholfreies Getränk kriegen! Das kann ich schnell aus! Die Baxter Buildings gehören den Fantastischen Vier. Aktuelle Pläne gibt es nicht. Ich muss immer daran denken, dass das die Robin ist aus Lauer, Matthew Mother oder Matthew Mother oder Matt Wurst. Ist. Zumindest im Film. Die Robin. Genau. Es gibt einen Grund, warum die Robin und ein Batman heißt. Mach's gut. Wie heißt denn der? Das ist der Tentakelman. Nein. Guck doch, ob du vorstags. Nein, stopp. Guck, da steht's ja. Ja. Tentakelman. Doktor Oktobot. Doktor zu Doktor. Doktor zu Doktor. Warum haben die sich eigentlich alle anders, wenn die aus dem Wohnschulausflug entkommen oder so? Wunder, du grrrr. Du musst bisher sagen, ich würde lieber die Bösen gerade spielen. Irgendwie. Oktobot, Mann. Das ist gut. Jetzt geht's wieder, ey. Das ist doch... Ich hab doch gesagt, das ist nur wegen dem Fall. Das ist doch fresh. Ich kann nicht verfeuern. Irgendwärtsspiel ist der blöde andere. Ach, ich bin der. Oh. Ach so. Das ist ja gleich wie das Eisige. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Das müsste ich nicht sein. Sie tauschen. Gibt's doch nicht. Das war auch nicht. Wenn du kein Dritter dabei bist. Ja. Was ist denn jetzt los? Feuer. Ach so. Gut. Ah ja. Ich, äh... Ja. Oktobot! Schnapp ihn! Oh. 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 Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Jetzt können wir auf jeden Fall machen. Guck ihm jetzt was zusammenbauen. Ja, dann bauen wir mal. Gleich jetzt zum Feuer durch. Mal gucken. Gucken. Oh. Dann kann ich das jetzt mal ausweichen. Geh ab, mich nicht. Was dachte ihr? Schraubend hier. Oh. Jetzt musst du da was hinwerfen. Ich wusste gar nicht, dass der das überhaupt kann. Der... 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 Der, der... Der, der... Der wird uns zum Knobelbärchen oder so was. Ich trock'n hab, ey. Übermerk' mal. Was das hier wird dann gehen, macht? Ich hab's gar nicht. Das ist ja nicht so. Das ist ja ein Zielzeug. Das ist das einzige, was ich dir vor uns verrückt werden habe, ey. Also ich wünsch mir, dass Spiele in Zukunft mit irgendwelchen Stofffiguren oder so verschickt werden, damit man in diesem Zeitgeflätter an kann. Macht's gut. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen, ihr mittelmäßig. Ja, der hat ja recht. Ja, hab ich da vor. Los, im Nachcap. Warum ist der Entschreckungsfeuer? Ich hau jetzt erstmal die Sachen hier. Du brauchst mal das nächste Betrachtung, wenn's mal das nächste Deko aufbinden. Baut Sachen zusammen, du musst dir was machen. Du musst dir das Loch, geht das Ding rein, Mann. Ja, Mann, mach schon. Dieser Durchgang... Meine Superpower ist durch Löscher, kriegst. Ja. Seid mal. Was? Weiter, wenn das kleine Nette ist. Was machst du denn jetzt? Kann mir einfach erklären, was du uns verzüßt? Stellst du dir am Ende musst du die ganze Länge noch mal spielen? Wobei wir jetzt weggehen, wenn wir das andere Bus zu fahren. Ja, wofür sollten wir das denn wollen? Damit wir alles von der Busse in den Fall fahren. Ja, anscheinend Spaß. Bevor wir nicht's einmal durchdicken. Ich will auch was machen hier. Ja, was denn? Ja, es gibt was unvolleres, als hier die Postgruppen in ihr System. Und das ist Captain America. Der umgekehrt neuste. Du störst heute wahrscheinlich nur den einen Bücher weg. Ich würd' ja gern mehr zeigen, ich krieg' ja. Ich weiß ja, bei allem, wenn du was machen würdest. Guck mal, ich hab noch im Arsch. Wo ist Spider-Man? Zwei. Hahaha. So. Das hier. Vielleicht musst du echt Spider-Man auswählen. Irgendwie. Geht ja nicht. Geht ja nicht. Sicher. Hier ist was. Oder? Oder? Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch hier oben drüben noch was. Vielleicht kannst du auch irgendwie herkommen. Ich glaub nicht, wenn du dich das doch gekrochen hast. Ich hab keine Ahnung wie. Da kannst du doch noch was machen, oder? Vielleicht kannst du da was leer machen, oder? Vielleicht kannst du da jetzt ruhig oder so. Die Kamera aufnehmen soll. Ja, glaubst du einfach, wenn Super nicht zu sterben warst. Ja. Was ist denn das hier überhaupt? Scheiße. Drücke Kreis, um Captain America's Schild anzulegen, und laufe über Lego-Flamm, um sie zu löschen. Ja. Ach, ich fresse. Das ist das Behindertste. Was ich seit langem... gesehen habe. Guck mal, ob du was machen kannst da drüben. Das ist ja nicht. Nee, nee. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Guck mal, ob hier was ist. Ach nee, wir können hier bestimmt runter, oder? Genau das. Ach, ich bin jetzt überfragt. Gut gemacht. Guck mal, wir können uns auf dem Monitor da drüben. Ja, hm. Gut gespielt. Guck mal, ob hier irgendwas machen kann. Guck mal, da war was. Da ist da eben ein bisschen runtergegangen. Ja, da oben drinnen. Ja, aber warum? Das weiß ich schon nicht. Wie? Ich könnte es reißen, Captain, damit wir nicht das Schild anziehen und darauf über Flieger kommen und sich zu dörren. Ja, aber warum sollten wir das wollen? Weiß ich schon nicht. Vielleicht müsst ihr in acht was machen. Vielleicht musst du da unten was machen. Vielleicht musst du da unten was machen. Warte mal, hab ich das jetzt an... Ich rede nur nicht, ob ich den Scheiß an habe, oder nicht? Ja, dann lauf mal mal rüber. Vielleicht musst du da unten erstmal was machen, da. Vielleicht kann ich hier was machen. Ja, hier ist schon eine Ausleute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Irgendwas ist da auf jeden Fall. Keine Ahnung! Ich bin so geist, ey. Und die Schlauch! Von hinten, Mann! Von hinten! Was machst du hier? Danke, für die Guteschein. Komm mal wieder her. Du warst da mit dem Einflammling? Das würde ich doch nicht bringen. Haben es schon gemacht. Wo wir ihn wieder her? Ich bin sehr begeistert. Aber ich kann nicht, glaube ich, was machen. Wie? Wir kennen uns doch nicht. Ich kann nicht was machen. Ja, ich hab's gesehen. Was bringt mir das jetzt? Oh Gott. Ich kann's nicht mal aushalten. Ich bin fantastisch Tee-Time. Scheiße. Ich kann das Spiel nicht mal aushalten. Als würdest du einen träumen wollen, ne? Kannst du mir das erklären? Okay, ich werde wieder zurückbekommen. Was hat mir das jetzt gebracht? Oh Gott, oh Gott. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Ja, also müssen wir hier in den Griff ziehen. Dann kannst du doch was machen. Ich würde zu einer Fehlkanne, wenn ich das mache. Oh Gott. Oh, ich kann nicht hoch. Hier kannst du doch lieber machen. Geh mal zum Feuer. Weiß, ganz verdrehen. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Jetzt muss doch irgendwas hier mit dem Scheißner rein. Mach mal hier irgendwas rum. Da ist so eine Schiene und so. Aber keiner kann nur ein Schild machen. Falls dir das nicht aufgefallen ist. Ich hatte eine große Geschichte. Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ich bin Captain America. Ja, ich bin TK. Wie können wir denn den Turum wechseln? Ich will den Mann wechseln. Aber ich habe was gefunden. Ich stört das total, dass es nur keine Selektkante mehr gibt. Und ich würde so gerne Selektkante drücken. Aber es trinkt ja auch nicht. Ich trink auch jedes Mal. Ich drücke jetzt einfach Schere und guck was passiert. Ich will schnell. Wenn du scherst dann irgendwann. Und da oben müssen wir auch nicht rufen können. Was bringen wir es denn jetzt hier als TK rumzerrennen? Kann mir das mal einer erklären? Ich werde hier gerade ein bisschen gay. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Wir brauchen da magnetische Kräfte, Mann. Das ist wie Skylanders. Ohne dass du Spleute kaufen musst. Du kannst du nicht wechseln. Du bist hier voll aggressiv bei den Spielen. Haha, ich komme nicht einfach da. Das ist auch nicht wechseln. Ich hatte die das nicht. Ich muss hier irgendwas machen an der Stelle, Mann. Das ist so herrlich schlecht. 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 Ich fress dich jetzt. Ich bin hier kurz vorhin. Vorher hast du den Ausgriff, Picker. Hey, guck mal hier. Wenn ich hier wieder mit dir Spaß hast. Ich fress dich jetzt. Ich fress dich jetzt. Das ist so herrlich scheiße. Was bringt sich denn da, wenn ich das verfickte Teekanne werde? Guck mal. Ich habe mich halt noch tot. Ich habe überhaupt nichts getrückt. Ich lache mir, kannst du sein. So. Das ist so. So, ich werde jetzt zu Teekanne. Das ist so schlecht, dass das Spiel, dass wir spielen können. Das ist so schön, was wir spielen können. Das ist so schlecht. Das Problem ist, wir sind doch zu blöd. Hä kann sonst noch ein bisschen preparation machen? Was ich machen soll. Aber es geht auch so wie Ihnen, man. Mit dem Bad di Automata tun. Das wird so blöd. Ja, aber�. Alles kaputt, du Schaps. Ich lacht noch mal. Ich mache mich hier einfach dabei. Absolut. Da ist es Spaß, Mann. Hier können wir was zusammenbauen oder nicht? Weil du Espera und die Landschaft damit merkwürdiguldade Und dann mal neue Themenk anlamus. Und dann machen wir mich hier einen Teekanne? Hahahaha Kannst du mir wohl zu lachen? Soll das? Blöd Du bist so in dem Arm, Mann 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 Du bist Captain America Oh, warte! Was war das? Ich war oben da, Mobi Alter Ui, 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 ui Du bist so in dem Arm Nee, das ist ein Problem Kurz vor dem Akkusie Wenn das jetzt Rätselschlösung wäre, ne? Dann Weiß ich nicht Warum werde ich zur Teekalle? Was klingt mir das? Jetzt steht's wie logisch denn? Ich verstehe gar nichts Willst du mal vielleicht wieder zurück verwandeln? Hallo? Captain Eumel Danke Wir müssen ja da irgendwas machen, wo du jetzt grad bist Das kann ja nicht sein, dass wir irgendwie da hinkommen und da nix machen können Da gibt's überall Kabel und sowas Hier, mit dem musst du irgendwas zu tun haben Das hab ich auch schon gesagt Da hast du mich einfach mal tot gemacht, ne? Ich hab schon gleich schon mal was gut gemacht, weil du musst da drüben Achso, warte mal, wenn du da drüben bist, geht es da oben drüben Bleib mal da oben drüben Wie? Das passiert doch gar nichts Geh mal runter da Warum geht das dem Ufen manchmal nicht? Warum geht das denn manchmal zu? Vielleicht wenn ich mal ein Stück? Jetzt ist zu, guck Jetzt wieder an Guck mal irgendwas Ja Ja, wozu war aber keiner eben als Krieg, ne? Jetzt ist zu Warte mal, oder? Vielleicht ist das bei mir einfach niemand an der Nähe drin ist, oder so Nee, jetzt hat der überhaupt so offen gestanden Guck Ich glaube, ich krieg's jetzt zusammen Das kriegt scheiße Bleib mal da drüben Ja, okay Das kann aber ja auch nicht sein, weil wenn du alleine bist, kannst du ja nicht irgendwo jemanden mal abstehen Okay, das ist doch nichts ehrlich Ich wär zu faker Ich bin scheiße Kasse Wie könnt ihr nicht erwarten, dass wir jetzt hier Geh mal da oben hin und mach die Feuer nochmal aus Vielleicht muss ich schon als T-Kanne dann da irgendwas machen, oder so Wenn du da drüber läufst Nee, und der T-Kochen Läuch'n mal aus Ja, gut Ich bin ein bisschen tot Ich bin noch nicht hingestellt Ich bin noch nicht hingestellt Ich bin noch nicht hingestellt Du kannst eigentlich was machen, ne? Ich kann eigentlich nicht was machen, ne? Du kannst doch nicht was sagen Okay, ich bin noch nicht Nein, du wirst immer wieder weiter Wiederbelebt Du kannst nicht sterben Du bist unsterblich Erklär mir mal, warum ich nur an der Stelle da zur T-Kanne werde Warum geht's dann jetzt nicht mal? Ein was? Das ist schön Ja Hahaha War Der ist mir ernst? Was hast du nicht gar nicht summation? Ach, du? Ich Alto Er ist so 3 kann Ugen Warum waren Sie gleich? Wenn ich jetzt hier rumstehe, ich kann die Tee-Kanne einfach so hören, wie geil ist das denn? Nein, das ist überhaupt nicht geil. Das ist wohl eh meine ganzen Dinge, ich hab das schon verstanden. Das ist so behindert. Mach's mal fest, das Ding wäre also kein Vogel. Ich muss das mal wieder zurück, weil das Ding kann ich nichts bauen. Ich guck's gar nicht. Mach den denn da jetzt. Jetzt sind wir da hoch. Oh, diese Spiele-Scheiße. Das macht mich so fertig, Alter. Oh, oh. Veranitätskarte, weil ich mit Kreis gedrückt habe. Ich hab Kreis gedrückt. Oh, Mann. Das Problem ist ja mit Kreis mit mir zu takern. Ja, das hab ich mir fast gedacht, Mann. Das ist wohl in der Tee-Kanne. Das ist überhaupt ein Problem, was ich schon mit hab. Wie alles was wir hatten, irgendwie so irgendwas nicht. Das Hauptproblem, was ich aktuell hab, ist, dass wir irgendwie... die, glaub ich, die erstfolgen einer halben Stunde machen müssen. Ja, so. Jetzt sehen sie die ganze Zeit ja nur, wie wir zu plötzlich das Wasser dagegen sind. Ja, wo? Weißt du. Okay, was hab ich jetzt hier unten? Ich kann mich irgendwas machen, oder? Ach so, das drückt jetzt hier an... Ah, okay, hier müssen wir was bauen. Bau mal. Ja, mach mal. Oh nein, jetzt muss ich dir was ablegen, oder was? Ja, ja. Wohin? Da, irgendwie zu dem Schalter doch stimmt, da, genau. Höher, höher, höher. Vielleicht doch nicht. Da muss es, ah, da muss es hin, genau. Huiuiuiui, da kommt Strom, Mann, oder so. Oh, ja, ja, ich bin nur geistig. Und jetzt? Nein. Guck mal hier raus. Ein Lift? Ist das der schnellste Weg aufs Dach? Ich, äh, nenn ihn den Phantastylift. Okay, Mann. Auf jeden Fall schneller als über die Treppe. Ich bin ganz... ich bin fertig zu der Welt grad, ne? Ja, ich bin fertig zu der Welt grad, ne? Ja, ich bin schon selber wieder klar. Der einzige Lichtstück. Stunde lebe und ich bin fertig zu der Welt. Ja, guck mal, da gibt's Lego-Feuer und normales Feuer, aber macht wirklich Sinn. Oh, okay, Checkpoint. Vielleicht sollten wir erst darüber nachdenken. Ist Checkpoint gleich Speicherpunkt? Ich hab keine Ahnung, wenn wir vorhin mit Iron Man Speicherpunkt sind. Das wundert mich auch grad'n bisschen. Oh, guck mal, hier können wir rumspringen. Ich denke, wir müssen gleich noch fertig machen. Okay. Okay, Mann. Wir wissen, du, Blau. Haha, dann mach das mal. Oder sind wir schon so weit? Wir sind schon bei einer Stunde und sieben. Ich glaube nicht, ich hab jetzt hier eine Stunde lang schon mehr. Okay, wir machen jetzt einen Cut. Ja. Oder machen wir noch keine Ahnung? Machen wir einen Cut, oder? Wir machen einen Cut. Ja, das reicht mir jetzt. Ich bin jetzt zeitig mit der Welt. Ich hab unten. Das reicht. Also ich hatte zwischenzeitlich Spaß, das hat aber nichts mit dem Spiel zu tun. Ich mich anmerkt. Und oh, ist keine Teekanne mehr. Das ist voll gut. Aber ich zeig's euch noch mal. Und geholterst du das kannst. Oh, jetzt hat er aufgeholt. Oh, jetzt hat er aufgeholt. Ich bin so fertig mit der Welt, geil. Du siehst fantastisch aus, du zeigst. Find mich auch geil. Also, hättest du ja schon viel Wunsch. Okay. Yeah. Yeah. So cool. In dem Sinne, verabschieden wir uns an der Stelle. Ich bedanke mich für die Spielemann für's Zusehen. Ciao, ciao. Wenn ihr Glück habt, spielen wir weiter. Ciao, ciao. Hahaha.